Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Fortnite Battle Royale. In diesem Video wird es über eine neue Sache gehen, die jetzt aufgetaucht ist und die auch ein bisschen schon auf die Season 8 teasern wird. Ich werde jetzt in eine Runde gehen und euch dort weiteres erklären. Bis gleich. Man sollte schon erkennen können, dass auf jeden Fall die Risse wieder deutlich größer geworden sind. Aber da ist sogar noch ein zweiter entstanden. Und ich werde euch jetzt mal ein Clip einblenden, wo das Ganze passiert ist. Das ist in meinem kleinen Samstag-Stream mir aufgefallen. Und ja. Bei Junction. Oh mein Gott. Habt ihr das gesehen? Ich hoffe, man hat ihn gesehen. Und ja. Es ist wirklich krass, dass schon wieder so etwas aufgefallen ist. Es ist ja immer zwischen Wailing Woods, Tomato Temple, alles so braun gewesen. Ich frag mich echt, was damit dann passieren wird im Verlauf der Zeit. Ähm. Ja. Ich denke, das hat etwas mit den Rissen zu tun. Aber späteres wird, äh, weiteres wird man wahrscheinlich später dann erfahren. Wenn es weitere Informationen dazu gibt, werde ich euch natürlich auf dem Laufenden halten. Ja. Auch nochmal ein kleines Dankeschön dafür, dass innerhalb von 22 Stunden mein letztes Video über 65 Aufrufe hatte. Vielen Dank für den Support. Behaltet ihn gerne weiterhin so. Lasst ein Abo da und ein Like. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin. Ciao. Ciao. Ciao.